Das hier waren unsere Ziele für dieses Jahr. Freundinnen finden. Und, hast du ne Freundin? Ja. Also nein. Nein. Gesünder Leben, mehr Ruhe. Hat ja wunderbar funktioniert. Erstes Hero Album. Das Album ist da! Yeah! Mehr selbst kochen. Ne Roman? Ja! Gitarre lernen. Ne Heiko? Ja. Konzerte spielen. Ja! Haben wir geschafft. Und jetzt kommt noch die Tour im Januar. Alleine verreisen. Ich war irgendwo und nirgendwo. Alleine reisen? Ultra geil Leute. Eine eigene Katze haben. Weil du aber nicht lieben kannst. Sie würde einfach sterben. Einen eigenen Podcast machen. Ja! Ja! Das haben wir geschafft. Wobei, Roman, das startet erst am 2. Januar. Das ist schon das nächste Jahr. Shit!